Ich freue mich sehr, dass wir heute hier auf dem NRW-Tag der Landesregierung zu Gast sind. Die Initiative Zukunftsmetropole Ruhr ist ein Teil der Kampagne Stadt der Städte. Und wir freuen uns natürlich, dass auch große Unternehmen der Region, die Weltmarktführer des Wandels, diese Kampagne jetzt mit ihrer Aktion unterstützen. Es geht um Evonik, E.ON, RWE, Hochtief und ThyssenKrupp. Also Hochtief nimmt an der Initiative Zukunftsmetropole Ruhr teil, weil wir schon seit vielen Jahrzehnten hier im Ruhrgebiet sind. Diese Gegend lieben, die ist schätzenswert und liebenswert. Und wir brauchen in der Zukunft Menschen, die hierher kommen, moderne Jobs annehmen, uns weiter als Unternehmen fördern mit vielen anderen Unternehmen zusammen. Und deswegen gibt es keinen besseren Ort, an dem wir uns so engagieren können wie hier. Wir nehmen an der Zukunftsmetropole Ruhr teil, weil wir seit über 200 Jahren für den Wandel des Ruhrgebiets stehen und auch die Zukunft aktiv hier mit der Region und den Menschen gestalten wollen. Hier sind viele Menschen, hier sind viele Universitäten und hier sind Menschen, die mitgestalten wollen. Und das ist doch die beste Basis. Ohne Menschen geht es nicht. Ich glaube an die Zukunft des Ruhrgebiets. Wir haben hier herausragend ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist der Standort, der Zukunft hat und darum sind wir bei dieser Initiative dabei. Und das von ganzem Herzen gern. Ich freue mich sehr über den Erfolg dieser Initiative. Ich freue mich, dass sich diese fünf Partner hinter die Kampagnen Stadt der Städte stellen. Das ist genau das Zeichen, was wir brauchen. Ein starkes Zeichen für eine starke Region.